Kannst du mir sagen, wie heißen die Dinge, der Name? Warte, das ist noch warmer, diese ist nicht viel warm, diese ist. Das ist Suppe, ne? Ja, Suppe. Tomatesuppe, oder? Aber nein, diese ist... Und das ist, oh, Gemüse. Das ist Gemüsetopf. Gemüse, ja. Ja, ja. Und wie heißt die? Das ist Weinblätter. Weinblätter, wie Spinar. Ja, wie Spinar. Und das ist süß. Ja. Maschallah.